hier habe ich diesmal von maiesto heißt das maiesto ich glaube 69er dodge charger rt das ist aber natürlich ein größeres modell das ist wartet ich kann gleich gucken dodge charger rt 1 zu 24 ist halt sehr detailreich ich bin die tür nicht auf ich weiß es nicht ich will sie jetzt nicht aufbrechen ist halt sehr detailgetreu ausgearbeitet sieht halt sehr geil aus dieses modell normalerweise gefallen mir diese felgen so eigentlich auf oldtimer nicht aber da sieht es echt nice aus und dann der motorraum nehmen wir hier nochmal den motorraum kann man ihn sehen ich hoffe es haben wir auch noch ich weiß nicht ob man sehen kann ich weiß nicht es wird wahrscheinlich nur unscharf werden hier nochmal dass es auch sein soll ich habe keine ahnung so sieht er aus ist ein richtig cooles modell sieht richtig nice aus so ich will euch ja nicht so viel eurer zeit stehlen ich wünsche euch noch einen schönen tag ihr könnt gerne in meinen videos reingucken wenn ich den finden sollte werde ich ihn auch natürlich verlinken ist klar ihr könnt mir ein like da lassen oder auch nicht bis denn dann ciao